Ich versuchte Klaus Augenthaler keinen Grund zur Klage zu geben, aber einmal passierte es eben doch. Im April musste ich wegen Adduktorenproblemen kürzer treten. An ein vernünftiges Training war einfach nicht zu denken. Nach der Partie in Mönchengladbach, in der ich nur die letzten 30 Minuten gespielt hatte, ließ ich mich in unserer medizinischen Abteilung behandeln. Am nächsten Tag war trainingsfrei, allerdings galt das nicht für die verletzten Spieler. Der Doktor stellte mir trotzdem frei, am Montag zu erscheinen. Du kannst, musst aber nicht kommen, sagte er. Ich entschied mich, mit Tamara sowie Jesus Junior und dessen Frau Sandra ins Schwimmbad zu gehen. Als ich am Dienstag auf dem Trainingsgelände erschien, empfing mich der Masseur ganz aufgeregt. Der Trainer ist stinksauer, dass du gestern nicht zur Behandlung gekommen bist. Sag einfach, dass du in Stuttgart warst und deshalb nicht konntest. Mit zittrigen Beinen ging ich zu Klaus Augenthaler. Ich fühlte mich schuldig, obwohl mir gar nicht so viel vorzuwerfen war. Höchstens, dass ich dem Trainer nichts vom Gespräch mit dem Doktor erzählt und ihm meine Entscheidung vorenthalten hatte. Aber statt ihm das zu erklären, log ich ihn an. Ich war in Stuttgart, um eine Wohnung zu suchen, erklärte ich ihm. Klaus Augenthaler drehte sich wortlos um. Am nächsten Tag las ich in der Zeitung, dass ich suspendiert sei. Schlimmer war für mich jedoch, jemanden angelogen zu haben. Ich lehne es ab zu lügen und mag es auch nicht, wenn mich jemand anlügt. Nachdem mein angeblicher Ausflug durch die Presse gegangen war, rief mich ein Angestellter vom VfB Stuttgart an. Du warst doch gar nicht hier oder wussten wir nur nichts davon? Meine Lüge hatte mich in die Bredouille gebracht. Letztendlich klärte der Doktor die Angelegenheit auf. Ich wurde begnadigt. Gegen Bielefeld saß ich trotzdem nur auf der Bank, aber gegen den Hamburger SV war ich wieder dabei. Seitdem sage ich, auch wenn sie unangenehm ist, immer lieber die Wahrheit als noch einmal zu lügen. Es sollte die letzte Partie von Klaus Augenthaler als Trainer des 1. FC Nürnberg sein. Wir verloren 0 zu 4 und waren vier Spieltage vor Saisonende mit drei Punkten Rückstand auf einem Nichtabstiegsplatz vorletzter. Klaus Augenthaler sprach anschließend kein Wort mit uns, auch nicht auf der gut sechsstündigen Busfahrt zurück nach Nürnberg. Als wir dann weit nach Mitternacht das Vereinsgelände am Pfalzner Weiher erreichten, bat er uns in die Kabine. Besprechung knurrte er nur.